Für Leute aus Sydney dreht sich das ganze Leben um den Strand und das Meer. Gerade noch in der Stadt kannst du in der nächsten Minute schon am Bondi Beach sein oder am Hafen. Ich denke, alle in Australien bemerken, dass es immer wärmer und trockener wird. Wir hatten die schlimmste Dürre in tausend Jahren. Neulich fegte ein gigantischer Sandsturm durch Sydney, der 75.000 Tonnen Sand pro Stunde in die Stadt trug. Das war eine Folge der Dürre, die ganze Landstriche ausgetrocknet hat. Durch Sturmwellen und den ansteigenden Meeresspiegel könnte selbst das Opernhaus beschädigt werden. Ein großer Teil der australischen Bevölkerung lebt wirklich nah an der Küste. Das ist ziemlich beängstigend. Wir sind die letzte Generation, die die Klimakrise lösen kann. Nicht nur für uns selbst, sondern auch für meine Kinder und Enkelkinder. Sie sollen dasselbe Australien genießen können und das wunderschöne Sydney. Sie sollen dasselbe Australien genießen können und die Klimakrise lösen können und die Klimakrise lösen können.